Heute zeigen wir euch, wie ihr mit einer Gitarre das Thumbjam ansteuert. Da braucht ihr ein Line-In, in dem Fall ein Line 6 Mobile-In mit einem Gitarren-In, direkt von der Gitarre hier rein. Nehmt ihr irgendeinen Sound und hier unten links gibt es einen Button mit dem Mikrofon und ein Notensignal, dann ist es aktiv. Machen wir mal einen anderen Sound. H Publikum